So muss ein Langarmshirt sein. Das Adidas Supernova Longsleeve ist leicht, funktional und sehr schick. Wenn du mal ohne Jacke auf deine Laufstrecke willst, dann unterstützt dich dieses Oberteil mit einem bewegungsoptimierten Schnitt und einem tollen Körperklima. Besonders hilfreich ist dabei die eingesetzte Climap-Proof-Technologie im vorderen Bereich. Sie schützt dich vor Wind und mindert dabei nicht die Atmungsaktivität. Das liegt an dem feuchtigkeitsregulierenden Stoff, denn durch ihn wird der Schweiß schnell nach außen weitergegeben. So bleibt der Tragekomfort auch bei intensiven Einheiten länger erhalten. Mit dem Reißverschluss kannst du dir bei Bedarf zusätzlich Belüftung verschaffen. Beim Material überzeugt mich aber auch der feine Griff. Der Stoff liegt leicht und angenehm auf der Haut. Außerdem ist er sehr elastisch, so wird die Bewegungsfreiheit und der Komfort beim Laufen erhöht. Mir persönlich gefällt auch die Farbe und das modische Design. Hinten ist es etwas länger gehalten und die Ärmel haben die perfekte Länge mit Daumenschlaufen, damit du dich noch wohler fühlst. Du bekommst das Adidas Supernova Longsleeve natürlich über deine Runners Point Filiale oder ganz schnell und einfach hier im Onlineshop unter www.runnerspoint.com